Hallo und herzlich willkommen auf dem Darts Reise Channel und ja, wie der Name des Channels es schon sagt, möchte ich euch gerne auf eine Darts Reise mitnehmen, nämlich die vom Toton Anfänger zu einem Spieler, der weiß, wie er mit seinen Darts umgeht. Und in dieser Folge 0 möchte ich euch einmal sagen oder beziehungsweise erzählen, was ich mir denn jetzt als Anfänger Equipment quasi gekauft habe, ohne großes Vorwissen, ohne groß irgendwelche Darts jemals in der Hand gehabt zu haben. Das einzige Mal, wo ich wirklich mal Darts in der Hand hatte, waren so bei Freunden dann so E-Darts Scheiben, die man dann halt mal so kauft, die es bei Aldi oder was auch immer mal gibt, wo die Eltern das oder einem dann zu Weihnachten schenken. Aber halt nie wirklich so Stil-Darts oder generell gute Darts mal in der Hand. Und man hat ja auch dann, wenn man so mit Freunden spielt, wirklich mal seine drei Darts, links, rechts, oben drüber, unten drunter, was auch immer, aber halt ohne großen Plan. Und ja, und irgendwie hat mich das Fieber überkommen und ich wollte jetzt gerne anfangen und darauf, auf diese Reise würde ich euch gerne mitnehmen. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wollte ich euch in dieser Folge 0 einmal erzählen, was ich mir denn als totaler Anfänger und unwissender Mensch für Equipment gekauft habe. Einfach nur, dass man mal so meine Entwicklung sieht, womit starte ich und wo hört es dann irgendwann vielleicht auf oder wohin führt die Reise. Und so das Erste, was ich mir überlegen musste, war, wie bringe ich meine Dartscheibe an. Der Raum, in dem ich Dartspiele, ist eigentlich breit genug, also lang genug auch, aber auf der Längsseite sind quasi die Fenster. Und dann halt auf der anderen Seite die Tür und er ist breit genug, aber auf der einen Seite stehen Regale, sodass es nicht reicht, quasi von der Breite zum Stehen zumindest. Also ich hätte, glaube ich, dann 5 cm Platz, bis ich halt quasi ins Regal reingehen müsste. Und das hat dann halt keinen Sinn gemacht, deswegen habe ich dann nach Ständern gesucht, um Dartscheiben anzubringen. Und dann gibt es auch professionelle Dartscheibenständer quasi, von Winmaus zum Beispiel oder anderen, aber die kosten dann direkt 80, 90, 100, 120 Euro. Und das fand ich dann doch relativ teuer, wenn man halt dann das andere Equip dann dazu zieht, weil dann kostet das andere Equip quasi genauso viel wie einfach nur dieser Ständer alleine. Und ja, und dann habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt und auf Amazon einen Ständer für 22 Euro gefunden. Es ist, glaube ich, eigentlich ein Boxenständer, der quasi von einem Musikladen angeboten wird, mit einer extra Vorrichtung, um Dartscheiben anzubringen. Der kostet, glaube ich, 25 Euro. Und dann habe ich mir bestellt. Dann natürlich eine Dartscheibe, die Winmaus Blade 5 und ein Surround. Und dazu habe ich mir noch das Corona Vision geholt, weil ich halt vorwegs abends spiele. Und ich halt in den Videos, die ich mir halt dann angeguckt habe, schon gesehen habe, dass es erstens relativ viele Leute haben und zum anderen, dass man auch einen sehr guten Blick auf die Dartscheibe hat. Und ja, deswegen habe ich mir die geholt. Also ich halte ein Surround für Anfänger für ein Muss, weil ich merke es selber, auch wenn man nicht gerade auf die Doppel geht, sondern auch auf irgendwelche Felder. Manchmal rutscht der Pfeil halt noch früher raus und fliegt dann drüber oder man zieht nach unten und hält ihn zu lange und dann zieht ihn halt runter. Deswegen finde ich ein Surround sehr wichtig. Ansonsten hat man Löcher in der Wand. Und ja, also das kann ich nur jedem Anfänger mitgeben, sich auf jeden Fall ein Surround dazu zu bestellen zum Dartboard. Dann kommen wir auch schon zu dem, ich würde mal sagen, Punkt, den die meisten Dartspieler für ihren heiligen Gral halten. Nämlich den Pfeilen an sich. Und ich habe mir gedacht, ich teste erstmal ein bisschen mich ran, um ein Gefühl zu bekommen, was ich überhaupt mag. Also ich möchte jetzt, ich habe jetzt drei Sets Darts. Ich überlege mir noch ein viertes zu holen, einfach um mal ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, was mir liegt. Es geht jetzt nicht darum, quasi den Besten Dart zu finden, direkt von Anfang an, sondern einfach nur, dass ich Form oder Gewicht oder was auch immer in dem Sinne, wie ich das finde einfach. Und ja, da habe ich nämlich jetzt zum einen einmal die Bulls Meteor 3, Bulls Meteor mir geholt. Mit 23 Gramm Darts, das sind die schwersten, die ich habe. 80% Tanksten. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt, weil mein Equipment ist ein bisschen später. Also wie gesagt, DPD hat halt dreimal versucht, den Surround zu liefern. Und das hat nicht geklappt. Und ich hatte halt die Scheibe und den Standard schon vorher, deswegen habe ich schon vorher angefangen ein bisschen zu spielen. Das werdet ihr auch dann in Folge 1 sehen, weil da werfe ich quasi meine ersten Darts auf die Dartsscheibe. Und mit den Darts habe ich bis jetzt am wenigsten gespielt und die fühlen sich auch gefühlt, oder das fühlt sich einfach, die fühlen sich nicht gut an. Also so vom Werfen, von der Haptik, da fühlen sich die anderen beiden deutlich, keine Ahnung, gefallen sie mir deutlich besser. Dann haben wir einmal die Red Dragon Pegasus, 22 Gramm. Auch 80% Tanksten. Die habe ich am meisten gespielt, weil das waren noch die ersten Darts, die gekommen sind, bzw. die ich mir bestellt habe. So, ich muss einmal kurz gucken, wie die... So. Und, ähm, ja, was ich an denen mag, ist das der Barrel, der ist relativ lang. Das heißt, ich konnte an denen relativ gut ausprobieren, wie ich quasi meinen Griff habe am Darts. Ob ich halt etwas weiter hinten anpacke, ob ich weiter vorne anpacke. Ähm, das fand ich bei denen ganz interessant, ähm, weil ich hab am Anfang, hab ich halt immer so geguckt, okay, wo kriege ich das, äh, was bringt mir Konstanz? Was bringt mir ungefähr, wie fühlt sich das an, richtig zu werfen? Da bin ich halt immer noch dabei, ähm, aber das kommt halt dann in eine der späteren Folgen. Aber auf jeden Fall habe ich mit denen bis jetzt am meisten gespielt. Ähm, ja, die gefallen mir auch ganz gut. Die sind halt mal ein Straight and Barrel. Ich hab mir halt schon ein paar Videos angeschaut, was halt so, was, was Anfänger quasi für Darts halt spielen sollten. Und da wurde halt viel drauf Wert gelegt, dass man halt quasi einen geraden Barrel spielt, noch keine Tropfenform oder sowas. Einfach, um halt so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, okay, was, äh, wie soll ich das spielen? Und ich find den halt ganz gut, weil der halt diesen langen Barrel hat. Und, äh, man da halt wirklich dann von Anfang an mal testen kann, okay, was ist, wenn ich den weiter vorne halte, was ist, wenn ich den weiter hinten halte. Und das, mir schreibt halt der Dart jetzt nicht unbedingt viel vor, wie ich den zu greifen habe, im Gegensatz zu den anderen beiden Darts zum Beispiel. Ähm, genau. Und, äh, den Dart, den ich, ähm, jetzt die letzten Tage mehr gespielt habe, jetzt muss ich wieder meine schöne Datei aufrufen, ist der, ähm, Bulls, ähm, Ballista. Ähm, äh, ist auch der leichteste, ähm, das ist, der ist 21 Gramm, ähm, der hat auch nur 70% Tanksten, ähm, den hab ich mir einfach nur geholt, weil ich, ähm, den im Laden von der Optik her ganz gut fand und den Barrel auch ganz interessant fand. Ähm, ich weiß nicht, der hier hat zum Beispiel, man sieht das jetzt schlecht, oder, kann man das so ein bisschen besser sehen, genau. Ähm, ähm, der hat halt relativ den Griff weit vorne, aber, äh, ich hab gemerkt, ich brauch selber gar nicht so viel Grip, das heißt, ich kann halt die Hände, die Finger zum Beispiel auch hier hinten, da wo es nicht geriffelt ist, äh, dran setzen. Ähm, und kann, hab trotzdem noch ein gutes, äh, gutes Ergebnis, beziehungsweise kann den Griff halt auch ein bisschen nach vorne verschieben. Ähm, den spiele ich gerade, ähm, einfach aus dem Grund, ich wechsel halt, beziehungsweise ich spiele halt eigentlich, äh, hab jetzt jeden Tag, äh, immer ein bisschen gespielt, außer gestern, weil ich, äh, mir einen Finger geschnitten habe. Ähm, und ich muss halt, ich wechsel halt immer dann, wenn ich merke, dass irgendwie ich unruhig werde mit einem, äh, mit einem Dart. Das liegt aber meistens eher, äh, daran, dass ich nicht genug konzentriert bin und wenn ich einen neuen Dart mir nehme, konzentriere ich mich nochmal mehr, weil ich diesen Dart quasi wieder neu lernen muss. Und irgendwie hat der, als ich, ich hab am Anfang, hab ich damit gar nicht gespielt, also hab ich nur mit, ähm, dem Red Dragon und dem anderen, ähm, Bulls Dart gespielt, weil, ähm, ich damit halt einfach auch ein bisschen, ein bisschen konstanter werfen konnte, vor allem mit dem Red Dragon. Und, ähm, irgendwann hab ich dann halt doch gedacht, okay, komm, wechselst du nochmal? Ach, lustige Geschichte. Hier, ihr seht ja, ich hab hier zwei unterschiedliche Flights schon dran, äh, weil bei dem, ähm, hier ist der Flight beim zweiten Wurf oder sowas direkt abgebrochen. Nicht der Flight, der, der Schaft, der Schaft ist abgebrochen. Müssen wir erstmal wieder rausholen. Ähm, ja, aber, irgendwie, ähm, hab ich dann halt nochmal gewechselt, weil ich eine, weil ich eine längere Session halt auf dem Red Dragon gespielt hatte und mir gedacht hab, okay, komm, probierst du nochmal den anderen ein bisschen aus. Und, äh, das lief von Anfang schon gar nicht mehr so schlecht, dann hab ich ein bisschen, ein bisschen weiter, äh, eingespielt. Und, ja, und, ähm, das war eigentlich, ähm, relativ, also, hat es halt gut angefühlt und hab mit dem weitergespielt. Und ich spiel halt auch praktisch mit so einer App, die halt so ein bisschen so das, äh, das trackt, ähm, wenn ich zum Beispiel 501 spiele, um halt einfach so ein Average ein bisschen auszurechnen, um ein bisschen Drucksituationen zu erzeugen. Einfach nur, um, um das Spielen auch so ein bisschen spielerischer zu machen. Und, mit den Darts hab ich auch den höchsten Average gespielt, also bis jetzt, und auch zweimal schon fast ein, ähm, hunderter Finish hingelegt. Wobei ich sagen muss, ich spiele Single Out, äh, und nicht Double Out, weil, aus dem Grund, weil ich halt den Surround noch nicht hatte und weil ich noch nicht auf, äh, doppelt trainiere, gerade. Einfach, weil ich noch das Gefühl, mir gerade erst erarbeiten möchte, die Singles zu treffen. Deswegen, äh, finde ich das, ich möchte halt so Schritt für Schritt halt mein, äh, mein Training quasi aufbauen. Ähm, um halt dann zu merken, okay, jetzt langsam kommt das Gefühl rein. Ich treffe, wenn ich jetzt auf die 15 zum Beispiel werfe, treffe ich zweieinhalbmal die 15 zum Beispiel, oder zweimal die 15, äh, sicher. Und, äh, dann kann ich halt anfangen, auch auf die Doppel zu trainieren, weil ich finde es dumm, äh, auf Doppel zu trainieren, bevor man überhaupt die Singles treffen kann. Ähm, und ja, und deswegen spiele ich halt 501 Single Out gegen den, äh, Computer zum Beispiel. Und, ähm, irgendwie fühlen die Darts sich auf jeden Fall gerade, ähm, besser an. Aber das kann sich halt auch bei mir gerade ändern. Das Problem ist halt, dass ich immer praktisch weiß ungefähr was, ähm, wie sich das halt falsch gerade anfühlt. Manchmal treffe ich zum Beispiel auch nicht das, wo ich hinwerfe, aber der Wurf fühlt sich richtig an. Also, die Bewegung fühlt sich richtig an, wie ich den Darts loslasse. Und, äh, alles ist halt einfach zum Beispiel, weil ich dann nicht gut gezielt habe, oder so. Und das habe ich gerade bei, äh, bei den Darts, bei den Leichten, äh, am ehesten. Aber da muss sich jeder halt auch so rantasten. Und ich glaube auch, es ist, viele sagen ja, ja, man kann mal anfangen mit Breast Darts. Und man kann anfangen mit, äh, mit was auch immer. Man soll sich 24 Gramm mal holen, weil, keine Ahnung, schwerer liegt besser in der Luft. Ich finde, man sollte am Anfang, wenn man halt wirklich den schnellsten Progress machen, äh, sollte entweder schon mal ein bisschen spielen, einfach um ein Gefühl zu bekommen, wie man wirft. Und dann in den Darts-Shop gehen und verschiedene Darts auszuprobieren. Oder man bestellt sich halt einfach, äh, zwei, drei Darts-Sets. Die halt, die können auch alle ungefähr gleich sein, ein bisschen anderes Gewicht hat. Also, das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob es einfach dumm ist, aber, äh, für mich fühlt es jetzt auf jeden Fall so an, um mich halt einfach so ein bisschen an das zu testen, was, äh, was ich halt gut finde. Und ich weiß halt nicht, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt am Anfang. Aber, ähm, da ich halt jeden Tag schon so mindestens so eine Stunde, äh, eine halbe Stunde Stunde, äh, jetzt Darts gespielt habe und das mir halt auch gerade sehr viel Spaß macht, äh, möchte ich das halt von Anfang an schon irgendwie mir die Möglichkeit zumindest, äh, geben, mich halt in irgendeine Richtung zu entwickeln, um mich halt irgendwann später mal auf was festzulegen. Weil ich möchte halt nicht später irgendwie sagen, ja, okay, äh, ich habe das und das noch nicht ausprobiert, weil, äh, irgendwie fühlt sich an, wenn ich zum Beispiel jetzt in Tropfenform spielen würde, äh, oder wenn ich jetzt in Tropfenform spielen würde, dass es dann besser funktioniert. Ich möchte halt nicht das Gefühl haben, okay, es liegt an den Darts, sondern einfach nur, dass es zum Beispiel bei mir dann gerade liegt, weil ich schlecht spiele oder weil ich meine Bewegung nicht gut durchziehe. oder, ähm, Dara möchte ich das festhalten und den Darts halt irgendwann, irgendwann mal stabil halten. Ich weiß, dass das nicht leicht wird, äh, weil es gibt halt diese ganz vielen Möglichkeiten und dann funktioniert es auf einmal mit dem Darts besser als mit dem anderen. Aber, ähm, ja, deswegen versuche ich gerade einfach nur schon mal meine Tendenz irgendwie ein bisschen herauszufinden, um dementsprechend zu trainieren. Ja, jetzt habe ich lange über die, äh, Dartpfeiler geredet. Ich hoffe, ihr konntet meinem Geschwafel folgen. Und, äh, ja, ich habe euch vielleicht ein bisschen geholfen mit dem, was, äh, was ich gekauft habe. Könnt ihr mal eure Meinung dalassen zu dem Dartständer, was ihr davon haltet, ob ihr gar nichts davon haltet oder, äh, ob ihr sagt, ja, okay, ich würde es bei mir selber zwar nicht machen, aber wenn du sagst, du hast keinen Platz dafür, dann ist das vielleicht eine Lösung. Und da sagt ihr, ist jetzt totaler Mumpel, es hat wackelt und pipapo und der Abstand und, äh, die Höhe variiert und muss das immer selber einstellen, das ist nur so Augenmaß. Schreibt mir einfach mal eure Meinung rein und, äh, ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht lässt sich das irgendwann später nochmal einrichten, dass ich dann die Nahtscheibe an der Wand montiere. Das ist auf jeden Fall irgendwann das Ziel, weil, ja, ist halt, äh, schon schöner, wenn man es an der Wand machen kann. Aber es hat momentan leider noch nicht drin, deswegen noch so. Und, äh, ja, ich würde auch sagen, dann sehen wir uns in Folge 1, wo ich meine ersten Darts schmeiße. Das ist so schön. Ja, es wäre Dank. Und, äh, ja, meinst du, dein Sulligeετεier ist, was meine Zukunft ist.